Now is the winter of our discontent, made glorious summer by this sun of York. And all the clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean, buried. 1945 endet der Zweite Weltkrieg. Europa wird vom Joch des Faschismus befreit. Später nannte man es Befreiung, aber das Gefühl war, wir sind geschlagen. Wir haben den Krieg verloren. Das war das Gefühl. Und wenn jemand mit den Engländern ging, hieß es Verräter. In der Schule haben wir Partizanske Gesang. Wir haben in verschiedenen Sportarten gearbeitet. Es gab keine Liebe, es gab einen kollektiven, gemeinsamen, gesundheitlichen Geist. Wir haben das Gefühl, dass wir immer jemand gewinnen haben. Aber es sahen, dass wir alle gewinnen haben. 1989. Kommunismus stirbt. Europa wird noch einmal befreit. In Jugoslawien bricht ein Bürgerkrieg aus. Brüder töten Brüder. Das Ende der kommunistischen Utopie. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Obstada je trajalo četiri godine, dokum kojih nismo imali struje, vode, hrane, plina. Na kraju je bilo toliko hladno da smo ložili cipela. Mein Vater wurde sofort verabschiedet und ein Buhn. Ich habe es erlebt, weil ich mein Schüler und mein Freund meiner Vater verabschiede mich. Und dann haben sie mich mit dem Schüler Autobus deportiert. Osjeß. Bošnjaka. Srpska. Bosnjaka und Herzegowka. Deutsch. Some do it with a bitter look. Some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword. Some kill their love when they are young. Some when they are old. Some strangle with the hands of lust. Some with the hands of gold. The kindness used the knife because. The death so soon grow cold. Some love too little. Some too long. Some buy. Some other sell. Some do the deed with so many tears. And some without a sigh. For each man kills the thing he loves. Yet each man does not die. Please. I remember we are getting out of the national theater in Sarajevo. Where Leibach had a concert. And there are a lot of camera crews outside. Saying can we take a statement. Can we take a statement. And we are like okay. Of course you can. Great. It was a great time. Great concert. Such a good thing that they arrived to Sarajevo. And they are like stop. No. The war is over. Can we do it again. And I said yeah. Okay. Good. I'm really glad that the war is over. Okay.